recht herzlich willkommen zur 208 folge von city skylines ja wir sind unterwegs und wollen eine autobahn auffahrt machen da müssen wir zu der autobahn erstmal hin wo waren die hier und das problem hatten wir hier lokalisiert aus irgendeiner straße die hier ist eigentlich hier aber jetzt fährt der verkehr weil wir wieder mal gespeichert haben aber der stau ist jetzt noch hier die biegen da alle ab schön ok in dieser straße staut sich natürlich auch bis zum sankt nimmermeins land ok das ist die straße die dann im endeffekt wieder hin führt oder was weiß ich auch nicht doch sieht so aus wir haben jetzt hier gerade keinen stau oder für das hier und die wollen da drauf und ich denke schon dass wir hier die auffahrt bauen werden einfach aus dem runde weil das definitiv entlastung bedeutet na so eigentlich würde ich das jetzt nicht abweisen wollen sieht aber so aus als ob es müssen ein bisschen so ja leider muss das hochhaus dran erglauben oder wie ist das irgendwie passt mir das gerade nicht vielleicht geht es ja doch vorbei sieht so aus als ob es geht jetzt nur noch höher wir müssen über die darüber das höher funktioniert jetzt natürlich ist klar können wir das mal bitte hinkriegen dass die straße jetzt ein hier hoch geht das kann jetzt nicht sein oder das würde alles gehen ohne probleme jetzt kommen wir nicht mehr aus dem untergrund hoch geht das wieder nicht oder das ist doch nicht wahr oder da war es irgendwo blau gerade so geht nicht jetzt kriege ich mich da nicht dran an die straße oder hat hat das ist ein baum der hier steht oder das ist gerade unmöglich macht da rein zu kommen und dann geht es da nicht runter läuft ja schwierig gut dann muss das letzte stück nochmal weggerissen werden so und wo kommen wir dann wieder raus und wir kommen da wieder nicht vorbei kommen da runter oder nicht hoch mann 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 gut dann das normale kreisen nochmal einbauen und dann geht's Es geht dann nicht. Das bedeutet, hier ist es jetzt noch nicht mehr zusammen oder was? Na super. Komm wegreißen. Ja. Jetzt kannst du auch alles wegreißen, weil das nicht funktioniert. Muss ich da erst wieder einen hoch, damit ich das wegkriege. Genau. Jetzt nochmal hier dran bauen. Hoch geht gar nicht, oder? Ne, das funktioniert hier alles gar nicht. Das ist vertan das Ding jetzt hier, ne? Ist schon hier wahrscheinlich schwierig jetzt. Das abbeißen geht schon kaum noch. So, jetzt nochmal hier. Kommen wir da schon eine Etage höher? Hier würde ich ja schon hochkommen wollen, aber das mag er schon nicht. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Dass das nicht geht. Und hier mag er auch nicht. Das ist doch komisch. Kriegst du nicht da, oder? Ja. 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 Und ich bin schon mal wieder runter, ja? Ja. 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 Da kann man nicht mehr hindern. Ja, das war's dann schon wieder, ne? Das funktioniert also auch nicht. Tja, kannst du wieder nur einen Bagger nehmen und das alle abreißen. Aber da, komm mal raus, das ist schon mal gut. Gut. Und dann... Richtig da drunter. Nee, das geht jetzt nicht irgendwie her. Der macht jetzt sogar hier nur noch gebogene Kurben oder was? Geht ja wohl gar nicht, ne? So, auf ein neues. Diese Kurben. Freie Straßenform, da. So, jetzt haben wir's, oder? Oder auch nicht, ich weiß nicht, wo er jetzt rauskommen möchte. Das sieht grad irgendwie doof aus. So, geht nicht. Das bedeutet... Wir reißen mal grad das Stück da hinten ab. Damit hier keiner mehr fahren kann. Dann reißen wir das hier ab. Und jetzt bauen wir erstmal die Straße hier weiter. Das hier... ...ist da. Ja. Ja, wo geht's hier gerade? Und jetzt müssen wir nur auf die Bahn kommen und das ist jetzt das nächste Problem, ne? So, jetzt kommen wir da erstmal hin und das passt erstmal. So, und jetzt müssen wir von hier aus noch gucken, dass wir da runter kommen. So. Drehen. Und jetzt möchte ich da hin und fertig. Ja, das war jetzt doof, dass das Haus abgerissen werden muss, aber so. So. Das bedeutet, die können jetzt hier hochfahren. Da kommt der erste LKW, der ist auch tot. So, da geht's hoch. Und da geht's rüber. Das ist nur die Frage, wie sich das hier weiterentwickelt. Der Stau ist noch lang. Vielleicht wird aber jetzt kürzer, weil wir das gebaut haben. Das ist jetzt die Frage, ne? Aber es fahren einige schon hier lang. Wir wissen noch nicht alle, dass es da auf der Autobahn geht. Okay. Ich meine, dass das Ende hier weniger wird. Auf jeden Fall wird's weniger. Und hier unten ist die Schlange auf jeden Fall schon mal weg. Und damit kann man schon mal ein bisschen besser leben, ne? Das ist schon mal nur noch die Hälfte jetzt vielleicht. Jetzt ist nur die Frage, wie es hier aussieht. Das geht. Jetzt müssen wir noch die Kreuzungseinstellung ändern vielleicht. Wie hier gefahren werden darf. Ja. Ich würde jetzt diese und diese nicht mehr Stoppstraße machen wollen. Weil die beiden anderen Straßen sind jetzt leergefähigt in Anführungsstrichen. Und die anderen können da rüberfahren. Ja. Hier ist nichts mehr. Und hier ist es auch weg. So, und hier haben wir jetzt nur noch da eine Stoppstraße und da. Können wir jetzt noch hier ändern. Obwohl von da oben kommt keiner mehr. Vielleicht doch eine abknickende. So, ein paar Autos kommen ja noch her. Wo kommen die her? Die sind vielleicht auf dem Stück generiert, ne? Aber das hier ist nicht schön. Das ist nicht schön. Jetzt ist hier nämlich der Stau. Der sich hier durch den Tunnel, obwohl das wäre noch ziemlich egal. Das ist die Frage, wie sich es da entwickelt, ne? Und da ist verdammt langer Stau. Die wollen unbedingt da alle drauf, ne? Gucken. Puh. Die sechsspure Straße hat schon ganz schön viel Verkehr da, ne? Wie ist der Rückstau? Irgendwo hier im Tunnel, ne? Die Krankenwagen stehen da und die anderen fahren da durch. Sehr interessant. Das ist ja der Hammer hier. Ich glaube, da ist was schief gelaufen. Beim Programmieren wohl. Hm. Hier gilt wohl rechts vor links, ne? Also das gefällt mir ja noch nicht, ne? Kriegen wir das nur anders hin? Das ist, wenn wir diese Straße da abreißen. Okay. Jetzt fahren die alle rechts. Kriegt man jetzt hier an. Da wird gleich schon ein Haus gebaut, du glaubst es nicht. Wenn ich jetzt hier... Ne, ich will da hinterher. Das hatten wir gerade. Das sah gerade sehr gut aus. Boah. Klappt wieder nicht, ne? Kann es wieder vergessen. Also... Können connecten direkt. Oder aber gleich löschen. Tendenziell neige ich gerade zum Löschen. Der Stau von hier ist dann weg. Die biegen auf jeden Fall alle rechts ab, ne? Und auch zwei Spore, wenn es sein muss. Aber die Straße ist voll bis zum St. Nimmerleinsdach. Kriegen hier sogar noch um die Kurve. Ja, das ist wieder super, oder? Jetzt muss mal gucken, wie man die von der Straße kriegt. Also das ist es auch nicht. Den wieder weg. Wieder hin. Das würde gehen, aber... Das würde auch gehen. Okay. Gut. Jetzt haben wir es. Zwei Aufraten kurz nacheinander. Nicht schick, aber selten. Die haben hier natürlich so einen dopen Haken hier drin. Das ist aber nochmal löschen und dann nochmal da sauber hin machen, ne? Ich glaube, jetzt ist es besser. Und schon fahren sie wie bescheuert da hoch und auf die Autobahn. Und hier haben wir jetzt das Problem, dass da die Abfahrt direkt neben ist, ne? Ja. Vielleicht entspannt sich das gleich aber auch noch. Sieht auf jeden Fall fließend aus. Hm. Naja. Also die kommen alle von hier jetzt, ne? Da ist aber alles gut. Bis auf dann hier auf der Bahn Auffahrt und dann ist hier der Stau. Tendiziell vielleicht hier hin doch wieder abreißen. Und gucken, dass man hier drauf kommt auf die andere Spur. Das geht dann nicht. Das geht tatsächlich nur bis da nach da. Ja. Dann ist das so. Ja, müssen wir jetzt so lassen. Erst mal gucken, wie es weiter geht. Interessant ist, dass die Abfahrt dann gleich da runter fahren. Kommen gar nicht erst in Schwung in Anführungsstrichen, ne? Fangen hier rauf und runter, weil der bessere Weg ist wie da lang. Oder ist das, weil die dann drehen? Oh, die drehen dann alle. Die wollen gar nicht da lang. Die müssten hier oben lang. Dann sollten wir das nochmal probieren, ob das geht. Indem wir das nochmal wegnehmen. Und dann hier anfangen, hochzugehen. Das mag's natürlich, das Spiel, ne? Ja, das kannst du also knicken. Hm. Não, ja, nicht. Ah, ja. Ich bin gespannt. Wie? 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 Wie ist das nun unter anderem? Wie? Wie ein? Wie? 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 das geht nicht hier sondern die schicke auffahrt was dann abfahrt ist die zwar funktioniert aber nicht ganz das bedeutet wir werden das jetzt anders machen noch mal da abreißen obwohl vielleicht kriegen wir es nicht hoch sondern runter wie müsste das ja gerne mag es auch nicht das spiel so ein neues aber und dadurch darum da hoch da hoch da runter noch eine etage tiefer und dann darauf passt das größte projekt überhaupt hier sondern wir war wo war das jetzt hier und jetzt wird da keiner drauf da drüben fehlt noch ein ding ins strecke so da kann man jetzt auch wieder runter fahren da kann man rauffahren worauf fahren mag keiner also die die hier rauf fahren fahren meistens die kurve oder wie wo der gelbe lkw entfährt und links rum in die andere richtung läuft na hätte jetzt den tunnel auch nehmen können ich glaube jetzt wird der tunnel angenommen hat wohl gedauert aber hier ist auch nichts mehr los auf der straße das ist schon mal gut hier ist auch gut und diese straße da ist jetzt auch gut ich glaube wir haben es jetzt hingekriegt dass es dann läuft wer weiß wie lange gut dann würde ich aber sagen soll es für die folge auch schon wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss